Willkommen zu unserem 3 Millionen Euro Cashflow Depot Roast und das per KI. Zugegeben, wir sind sehr gespannt, was hier rauskommen wird. Das schauen wir uns in den nächsten Minuten mal gemeinsam an und bewerten die einzelnen Punkte. Also lehne dich zurück und wenn du mehr über unser Depot, unsere Vorgehensweise und Geldanlage allgemein erfahren willst, dann lass uns jetzt gerne ein Abo da, wenn du das noch immer nicht gemacht hast. Ja, genau jetzt. Im Laufe des Videos haben wir uns noch ein paar spannende Informationen rausgesucht, zum Beispiel wie du auch dein Depot über die KI einmal auswerten lassen kannst. Also pass gut auf und jetzt geht's direkt los mit einem Score von 73 von 100. Zugegeben, 73 ist eine gute Zahl, der Score ist ja auch grün. Wir schneiden damit besser ab als 77% der GetQuinn Nutzer. Die Analyse mit dem Tool, das wir nutzen, ist nämlich auch GetQuinn. Wenn du das Ganze auch einmal checken willst, dann haben wir auf der Landingpage einen Link zu unserem Portfoliotool hinterlegt. Da kannst du dich einfach kostenlos anmelden. Du kannst deine Depots damit verknüpfen. Dann kannst du auch über mehrere Depots, beziehungsweise auch wenn du nur ein Depot hast, extrem viel bessere Analyse fahren als zum Beispiel bei Trade Republic, bei Scalable Capital. Auch dazu gibt es Links auf der Landingpage. Also schau dich da einfach mal fix um. Von den 73 gibt es jetzt auch ein paar Empfehlungen von uns. Wir schauen uns aber zunächst mal die einzelnen Bereiche an, denn wir haben zwei Bereiche, in denen wir doch sehr gut abgeschnitten haben. Das ist einmal das Thema Risiko und Kosten, aber auch zwei Punkte mit 5 von 10, bei der die KI sagt, wir haben hier Verbesserungspotenzial. Springen wir direkt mal rein, Thema Diversifizierung. Hier kommt auf der rechten Seite die kurze Erklärung, warum Diversifizierung generell wichtig ist. Die Streuung der Anlagen minimiert das Risiko größerer Verluste. Ja, das Ganze ist definitiv richtig. Persönlich müssen wir sagen, klar, wir haben 100% in Wertpapieren. Das Ganze ist aber auch beabsichtigt. Wir haben ja einzelne Aktien. Wir haben auch zwei ETFs mit in Summe ungefähr 400.000 Euro Investment. Das ist aber einfach unsere Strategie. Dementsprechend 100% Wertpapiere für uns erstmal soweit in Ordnung. Länder mit hoher Gewichtung. USA und Deutschland mit in Summe 73%. Ja, auch das ist ziemlich leicht erklärbar. USA ist einfach einer der größten Märkte. Hier haben wir das größte Umschlagevolumen. Generell auch die größten Unternehmen der Welt. Auch ein MSCI World ist hier zu knapp 60% investiert. Wir sogar noch etwas geringer. Ja, es ist irgendwo ein Risiko. Aber es ist im Umkehrschluss auch eine Chance. Denn wir vermuten zumindest mal, dass sich in den nächsten Jahren die Wachstumszahlen in USA, auch in Europa weiterentwickeln wie in den letzten Jahren. Natürlich gibt es hier mit Inflation, Zinsen und Co. noch ein paar Risiken. Aber prinzipiell ist die USA-Gewichtung bei uns gewollt. Auch die deutsche Gewichtung. Wir haben hier eine Allianz drin, eine Deutsche Post, eine BASF. Also auch Aktien, über die man definitiv debattieren kann, ob die in ein Cashflow-Depot gehören, beziehungsweise ob sie generell in ein Depot gehören. Wir haben sie nach wie vor gerne im Depot. Die Zahlen sind zumindest bei den meisten der Aktien noch in Ordnung. Wir haben ja hier vor kurzem auch nochmal etwas nachjustiert. Wir haben ja eine Bayer-Aktie verkauft, da hier der Investment-Case für uns nicht mehr intakt war. Also hier das Risiko bewusst, aber prinzipiell auch gerne eingangen. Man muss auch dazu sagen, zum Thema Diversifizierung generell, ja man kann in ein MSCI World mit ungefähr 1600 einzelnen Aktien investieren. Man braucht das Ganze aber nicht. Denn es gibt Statistiken, die einfach wirklich zeigen, ab ungefähr 25, 30 Aktien in verschiedenen Bereichen, also wenn ihr jetzt 30 Öl- und Gasaktien kaufen würdet, dann habt ihr hier keine gute Streuung. Aber wir haben ja wirklich Aktien aus allen möglichen Sektoren, da kommen wir jetzt auch gleich nochmal dazu, ist ab ungefähr 20 bis 30 Aktien eine höhere Diversifizierung aufgrund von mehr Aktien im Depot nicht mehr unbedingt sinnvoll. Also die Sektoren mit hohem Gewicht bei uns im Depot sind Finanzdienstleistungen, sind Basisverbrauchsgüter und Immobilien. Zum Thema Immobilien kommen wir gleich nochmal, denn das ist einer der Marktökonomie-Punkte, bei der die KI uns nochmal bemängelt hat. Aber Finanzdienstleistungen, 14 Prozent, ja ist vielleicht etwas höher. Der Technologieanteil ist bei uns aber auch nicht so gering. Wenn dich die genauen Zahlen hier von allen Sektoren mal interessieren, dann pack uns das mal in die Kommentare. Denn da gibt es bei Great Queen auch eine super Analyse, die können wir dir an der Stelle auch mal zeigen. Die Währungen mit hohem Gewicht, ähnlich natürlich wie entsprechend die Regionen mit USA und mit Deutschland, ist es hier Dollar und Euro mit in Summe 82 Prozent. Wir haben auch noch britischer Pfund dabei, wenn mit BAT zum Beispiel eine Aktie, die hier in Pfund gehandelt wird, auch eine Unilever. Also hier wird die dritte Position Pfund sein und damit haben wir dann aber auch in Summe um die 90 Prozent in wirklich etablierten Währungen. Im MSCI Emerging Market ETF haben wir natürlich auch die asiatischen Währungen mit dabei, die ja nicht unbedingt besser oder schlechter sein müssen. Die sind einfach anders. Für uns ist aber auch der Anteil generell von den Emerging Markets mit momentan ungefähr vier bis fünf Prozent im gesamten Depot an Schwellenländeraktien total in Ordnung. Wir wollen da nicht unbedingt weniger haben, etwas mehr würde auch noch gehen, aber aufgrund der politischen Risiken in dem Bereich wollen wir hier auch nicht unbedingt mehr investieren. Ja, das ist der Bereich Diversifizierung mit fünf von zehn Punkten. Der Bereich Risiko, hier sieht es direkt gut aus. Gute Arbeit, dein Portfolio ist risikoarm. Woran liegt das Ganze? Risiko wird hier definiert. Instrumente mit hohem Risiko sind bei solchen Merkmalen einschließlich Marktkapitalisierung historischer Volatilität und historischem Handelsvolumen anfällig. Ja, also anscheinend haben wir nur Aktien drin, die eine gute Marktkapitalisierung haben. Für uns sind das Aktien so um die 50 Millionen aufwärts, 50 Milliarden aufwärts. Wir haben auch ein paar kleinere Aktien dabei mit einer Milliarde, zehn Milliarden. Klar, Medical Properties Trust war kurz im Verkauf bei hier vielleicht auch eine kleinere Aktie mit Medical Properties Trust. Sähe das hier vielleicht auch etwas anders aus. Historische Volatilität. Ja, ihr kennt auch unsere Strategie. Wir sind momentan mehr beim Vermögenserhalt als beim Vermögensaufbau. Dementsprechend haben wir hier auch ein paar konservativere Aktien. Klar, eine Broadcom, eine Siemens, die fallen jetzt hier nicht unbedingt rein. Aber wir haben keine Nvidia mit dabei, die einfach aufgrund von positiver Volatilität nach oben abgehauen ist. Und historisches Handelsvolumen ist natürlich bei unseren größeren Aktien dann auch vorhanden. Wir haben keine kleinen Penny Stocks, die irgendwo an Hongkong-Börsen gelistet sind, die einfach auch wenig Handelsvolumen pro Tag haben. Also Thema Risiko, zehn von zehn, hier haben wir das Maximum erreicht. Kommen wir auf das Thema Kosten, neun von zehn. Ja, elf Prozent unserer Bestände haben impidizierte Kosten. Das sind natürlich die Total Expense Ratios von ETFs, schwieriger Begriff, elf Prozent hier bei uns. Das heißt, wir haben hier jährliche Kosten, ist für uns aber total in Ordnung. Wir wollen das Thema jetzt nicht nochmal aufrollen, warum wir überhaupt den MSCI World bei uns im Depot haben. Das ist unser Geldspeicher, mit dem haben wir deutlich höhere Renditen eingefahren, als bei vier Prozent bei Trade Republic auf dem Tagesgeldkonto oder ähnliches. Hier nehmen wir die Kosten dann auch gerne in Kauf, denn auch abzüglich der Kosten, die auch unter 0,3 Prozent sind pro Jahr, ist die Rendite hier deutlich positiver gewesen. Ansonsten, der Emerging Market ETF ist einfach für uns die Wahl, um das Thema Schwellenländer zu spielen. Auch da sind geringe Kosten in Ordnung. Du siehst es ja unten, jährliche Kosten von ungefähr 500 Euro. Das Ganze ist natürlich prozentual auf unser Depotvolumen auf jeden Fall vernachlässigbar. Hier neun von zehn für uns auch total nachvollziehbar und in Ordnung. Marktökonomie. Hier wieder nur fünf von zehn Punkten. Auch hier leiten wir nochmal kurz ein, was sind denn die Faktoren? Es gibt Faktoren, die den Finanzmarkt entsprechend beeinflussen können. Dementsprechend können Wirtschaftstrends dazu sorgen oder dazu leiten, dass wir mit Risiken und Chancen bei uns im Depot eine Überrendite oder eine deutlich negative Rendite haben. Jetzt hat hier Gerd Quinn die KI-Analyse drei Punkte einmal hervorgehoben. Zinssätze, steigende Zinssätze können sich negativ auf die Aktienbewertung auswirken. Ja, das ist klar, gerade das Thema Reads. Hier hatten wir die Zinskarte auf Zinssenkungen eigentlich schon ein bisschen früher erwartet. Die kamen so nicht. Unsere ganzen Reads sind jetzt nicht ins Bodenlose abgerauscht, aber natürlich von der Bewertung her etwas nach unten gerutscht. Natürlich irgendwo auch mit fünf bis zehn Prozent gute, entsprechend nachvollziehbare Entwicklungen. Aber ja, das Thema Zinssätze ist bei uns im Depot vielleicht nicht so extrem wie in einem großen technologieübergewichteten Depot, aber auch mit Finanztiteln, mit Immobilientiteln auf jeden Fall da. Währungsschwankungen. Das Portfolio ist in erheblichen Maße in US-Dollar und Euro angelegt. Ja, auch das hat man schon erwähnt. Das ist so, aber wir vermuten jetzt mal nicht, dass die Weltwährung US-Dollar und eigentlich auch eine der größten Währungen, der Euro im Verhältnis zu den übrigen Währungen so extrem an Wert verlieren, wie zum Beispiel bei der türkischen Lira, das der Fall war oder der Fall ist. Oder auch in Argentinien haben wir ja ähnliche Inflationsgebilde. Dementsprechend sind wir mit US-Dollar und Euro klar irgendwo in einem erheblichen Maße investiert, aber natürlich auch ein bisschen der sichere Hafen unserer Mann nach. Geopolitische Spannungen. Selbes Thema wie bei den Währungsschwankungen. Das Thema USA und Deutschland ist entsprechend von der Handelspolitik nochmal zu bewerten, aber auch hier sehen wir sehr wenig Risiken im Verhältnis zu asiatischen Märkten, aber auch generell in Europa gibt es ja auch Spannungen. Also hier das Thema, ja, das sind auf jeden Fall drei Faktoren, die sind zutreffend. Die würden wir bei uns aber nicht mit 5 von 10, sondern zumindest mal mit 8 von 10 bewerten, denn wir setzen jetzt nicht hier auf 99 Prozent türkische Lira, sondern wir haben einfach den US-Dollar, wir haben Amerika, wir haben Deutschland, den Euro. Also hier vielleicht ein Punkt, wo wir etwas anderer Meinung sind, aber das Ganze ist ja hier auch keine Anlageberatung, weder von uns noch von GED-Quinn. Auch hier gibt es den Risikohinweis. Die Daten vom KI-Tool, die hier generiert werden, sind keine Finanzberatung und die Genauigkeit wird auch nicht garantiert. Natürlich ist hier immer etwas Interpretationsspielraum, aber wir persönlich finden die Analyse ganz gut. Wie gesagt, wissen besser als 77 Prozent der GED-Quinn-Nutzer. Dementsprechend würde uns sehr interessieren, wie dein Portfolio-Score ist. Und wenn du das Ganze mal prüfen willst, wie gesagt, wir haben GED-Quinn auf der Landingpage verlinkt. Damit kannst du deine Depots verknüpfen, du kannst deine Depots auswerten. Das Ganze ist aktuell auch kostenlos und wir wüssten auch nicht, dass sich da demnächst was ändern soll. Für uns eins der besten Tools und jetzt viel Spaß, auch dein Depot einmal mit der KI auszuchecken.